ok wir sind hier gerade auf dem weg zum netto es fängt an zu kissen scheiß wetter scheiß wetter geile felgen ja scheiß wetter scheiß frisur das stimmt sogar so verwedelt jetzt gehen wir hierhin keine ahnung ob man da videos machen naja die haare einfach mal die muss ich mal schneiden ich kenne da so eine die ist gut die macht mir jede frisur die ich will koste los ich kann es halt ich gehe jetzt einfach mal rein Florian ich bin schon mal drinnen ich habe keine ahnung warte mal naja weiß gar nicht ob ihr alles seht gefangen hallo hallo nein wir sind jetzt verschiedene gänge ja keine ahnung wie sieht das denn aus schicken nein musst du so machen ähm 30 ja 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 so wie süß 2,88 Euro nee 5,88 Euro 2,85 Euro ist das viel oder ist das viel mach ich zu sein ganz schön viel hier bunte Trampzern bläh bunte Trampzern bläh bläh mh das ist, das ist lecker ja die haben wir heute bekommen ich weiß unter Kropfen haben wir heute bekommen oahh ich muss gleich das selbst oder zweimal oh ne das, das Zeug mach ich nicht ich weiß ja nicht Habt ihr so ein Zeug? Schnüre? Schreibt es in die Kommentare. Haha. Ne, ist ja ein Vers. Mein YouTube-Account wird erst 2018 eröffnet. Warum 2018? Weil ich schon etwas reifer bin. Und echte Let's Plays machen von Flash of Clans, Minecraft, etc. Ich will auch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Er rasselt aus. So viel Süßes. Ach nö, die nicht. Sind scheiße. Junge. Für einen Euro. Schockwetten. 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 Also ich hab jetzt... Keine Ahnung. Wie viel kostet das? Ähm... 1,99 Euro. Alter, zähl euch diesen Preis an. Zähl euch diesen Preis an. Ein Aufmerksamkeit. Ein Aufmerksamkeit. Nüsse. Ohi, Florian steht auf Nüsse. Was ist eigentlich auch so eine Nuss? Die hat die Fruffel immer. Okay, warte. Ich müsste erstmal eine Einstellung was machen. Okay, nein. Muss ich nicht. Ich hab gedacht, die Helligkeit ist scheiße. Aber... Oh, 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 oh. Fertifuchs. 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 Fertifuchs an der Kasse. Ne, los. Ihr geht ab an die Kasse. Und... Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.